Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Matthias Wachinger scheiterte im Viertelfinale in Marseille, Urheberrecht, Getty Images München, Qualifikant Matthias Wachinger scheitert beim ATP-Turnier in Marseille im Viertelfinale. Der Münchner muss sich einem Lokal-Matadorin geschlagen geben. Qualifikant Matthias Wachinger ist beim ATP-Turnier in Marseille im Viertelfinale gescheitert. Der 31-Jährige unterlag beim Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt dem Lokal-Matadorin Ugo Humbert 3 zu 6. 3 zu 6, der 20-Jährige Franzose, der vergangene Woche das Challenger-Turnier in Schabur gewann, hatte am Donnerstag den an Position 2 gesetzten Kroaten Borna Koric aus dem Turnier geworfen. Gojovchuk scheitert an Simon Bachinger war durch einen überraschenden Sieg gegen den Spanier Fernando Verdasco erstmals seit September 2018 in ein Viertelfinale auf der ATP Tour eingezogen. Zuvor hatte er gegen Steve Losses seinen ersten Sieg auf der Tour im Jahr 2019 gefeiert. Der Weltranglisten 60. Peter Gojovchuk war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Gilles Simon gescheitert. Der Weltranglisten 60. Peter Gojovchuk war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Gilles Simon gescheitert.